Der LEGO Star Wars UCSW NATO ist eins der absolut längst erwartetsten LEGO Star Wars Sets meiner Altersgruppe, inklusive mir. Das 5374 steinestarke Schiff erschien am 1. Oktober 2023 für den wirklich starken Preis von 650 Euro. Ja, dafür muss man lange arbeiten. Oder natürlich, man bekommt es gesponsert, was ich leider nicht habe. Wäre natürlich schön, also LEGO, falls ihr mal kurz einen Hinweis erkennt. Und um 650 Euro für ein LEGO Star Wars Set auszugeben, muss man schon ein bisschen bekloppt sein. Und ich glaube, genau das ist es auch. Bekloppt nach den Prequels, bekloppt nach einem riesigen Haufen an LEGO Steinen. Und natürlich bekloppt danach eben nicht einen Sternenzerstörer, sondern ganz besonders den Venator zu bauen. Der Venator ist tatsächlich nur ein einziges Mal in Minifigurengröße erschienen. Das ist der hier. Und sind wir ehrlich, so im Vergleich, da sieht man schon, welcher dann tatsächlich irgendwie die Krone nach Hause nimmt. Es gab noch ein paar Polybags oder kleinere Versionen, auch in dem Adventskalender war das Ding mal drin. Aber sonst war es das. Es gab keine größere, keine akkuratere, keine schöne Variante vom Venator. Und darauf haben eben alle Fans gewartet, inklusive mir. Ich habe also lange überlegt, kaufe ich mir eine Custom-Variante und habe es dann zum Glück nicht gemacht, weil LEGO diesen absoluten Banger rausgehauen hat. Natürlich zu einem hohen Preispunkt, aber man kriegt ja auch ordentlich was dafür. Denn nicht nur das Schiff ist enthalten, sondern auch zwei absolut geniale Minifiguren, auf die wir ebenfalls schon eine Weile gewartet haben. Und zum einen ist das der etwas kontrovers angesehene Captain Rex, die Minifigur, auf die wir schon wirklich lange gewartet haben, bis sie neu aufgelegt wird, weil die alte Version davon ungefähr 200 Euro kostet momentan. Und dann haben wir auf der rechten Seite der Admiral Yularen oder den Admiral Yularen, den sie, finde ich, sogar noch ein bisschen hätten schöner machen können. Aber da kommen wir gleich zu. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe natürlich auch ein Unboxing zu dem Set gemacht. Schaut euch das natürlich hier gerne auch an. Ich habe es hier oben einmal verlinkt. Ich werde es aber im Endeffekt auch nochmal in der Endcard verlinken, weil das ein wunderschönes Video geworden ist mit so unglaublich vielen Tüten. Das heißt, diese Box ist schon offen, mein Venator ist schon aufgebaut und ich kann es kaum erwarten, euch den zu zeigen. Übrigens auch noch ein kleiner Fun-Fact. Für den Preis von dem UCS Venator könnt ihr euch übrigens über 30 Stück von dem 332. Ahsoka Clone Trooper Battle Pack kaufen. What? Und weil ich das in der Unboxing nicht ganz so bezeigen konnte, haben wir hier nochmal einen kurzen Blick auf die Anleitungen. Keine Sorge, es bleibt wirklich kurz. Die kamen in zwei von solchen riesigen Pappschubern und sind darin so halbwegs gut aufgehoben, weil die Biester sind richtig, richtig fett. Und ich sage das nicht nur, die sind wirklich unglaublich dick. Und wenn die mal irgendwie übereinander fallen oder irgendwie versuchen, so eine dünne Pappschicht hier zu zerstören, dann schaffen die das halt auch. Die ist wirklich nicht dick. Also ihr könnt schon sehen, die flubbert hier nur so vor sich hin. Und wenn dann eben so zwei dicke Anleitungen darauf einkloppen, dann ist das gar keine Frage. Das passiert ganz schnell, dass das Ding einfach kaputt geht. Ich habe lange versucht zu verstehen, warum die jetzt genau diese Bilder genommen haben. Ich nehme an, sie hatten die einfach, weil das sind genau die gleichen Bilder, die wir auch auf der Box eben an verschiedenen Ecken und Enden sehen. Was ich sehr schade finde. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich schade ist dieses verlorene Potenzial. Man hätte die Anleitungen schön ineinander übergehen lassen können. Tun sie nicht mal so, wenn man es so hinlegt, weil dieses Teil hier einfach doppelt ist. In der ersten Anleitung habe ich dann einfach mal meinen Stickerbogen versteckt. Ich habe nämlich, und jetzt kommt eine kontroverse Meinung, meine Sticker nicht angebracht. Gut, so kontrovers ist es jetzt nicht, aber ich würde schon sagen, wenn man da die Sticker nicht anbringt, dann fragt man sich schon, wieso. Und mein Grund dahinter ist tatsächlich, dass der Steindrucker, die kennen ja wahrscheinlich, oder den kennen ja auch wahrscheinlich viele von euch, er bedrückt immer die Teile, die bei Lego mit Stickern dabei sind. Und das hält natürlich um einiges länger, als so ein Sticker bei Lego. Die peelen ja dann irgendwann ab, und dann kann man das Ding nach ein paar Jahren dann irgendwie auch nicht mehr gebrauchen. Deswegen freue ich mich, wenn der eben seine Version von den Steinen rausbringt, die bedruckt sind und nicht mit einem Sticker versehen. Bis dahin ist mein Venator erstmal ohne die republikanischen Logos. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber trotzdem sieht es natürlich nicht schlecht aus. Auf den nächsten Seiten bekommen wir dann einen kleinen Einblick, was es denn heißt, einen Venator zu bauen. Oder zumindest hier erstmal über The Clone Wars. Und dann geht es weiter über den Jedi Cruiser oder The Jedi Cruiser mit so ein paar kleinen Daten, die wir dann später auch auf der UCS-Klarkette finden, die ja zum Glück gedruckt ist. Dann hier drüber über die Recreating a Clone Wars Icon. Also, dass man wirklich darstellt, was viele von uns gefühlt haben, nämlich, dass es ein Clone Wars Ikon ist, was man hier hat oder in der Hand hat oder in der Hand haben möchte. Designing for our Galaxy. Das ist hier von Hans Burkhard Schlömer, dem Designer oder einem der Designer des Modells. Das ist der Typ. Habe ich auch mal getroffen. Ist ein sehr netter Mensch. Und dann zeigt er uns natürlich noch einmal, wie man den Venator am besten hält. Und ich muss sagen, das Ding ist verdammt stabil. Das gucken wir uns nachher auch noch an. Ich werde versuchen, das Ganze in der Hand zu halten, aber ich habe es schon so oft rumgetragen, dass das eigentlich gar kein Problem ist. Das wichtigste Teil an diesem Set ist allerdings, und das seht ihr hier rechts, der Steine-Trenner. In der Box finden sich 48 Tütennummern plus noch ein paar unbenummerte Tüten. Die Tüten 1 bis 23 werden gebaut in den ersten beiden Bauanleitungen und in der ersten Box. Und die Box Nummer 2 bringt uns dann die Tütennummern 24 bis 48. Und in der 48 sind tatsächlich nicht nur die Minifiguren, sondern auch der Aufsteller drin. Und falls jemand fragt, in der letzten Anleitung ist tatsächlich keine einzige Werbung für andere Sets drin. Und ich nehme an, das liegt einfach daran, dass sie das Set halt über ein paar Jahre verkaufen wollen. Und deswegen kann halt keine Werbung für ein Set drin sein, was es dann vielleicht nicht mehr gibt. Für die einen ist es eine nette Beigabe, wenn man eh den Venator kauft. Und für die anderen ist es der einzige Grund, das Set überhaupt mitzunehmen. Und zwar die beiden Minifiguren. Wir haben zwei, wie gesagt, an der Zahl. Die eine davon ist Admiral Yularen. Und deswegen müssen wir uns natürlich die beiden jetzt auch am Anfang angucken, weil für manche Leute ist das eben auch das Highlight vom ganzen Set. Und mit ein Highlight muss natürlich sein, Admiral Yularen, und den haben wir nämlich schon lange nicht mehr gesehen. Genauer gesagt nur ein einziges Mal bisher. Denn wem der Adname Admiral Yularen schon bekannt vorkam, den gab es schon einmal, nämlich im Jahr 2015. Da haben wir dieses kleine Polywerk bekommen, den habe ich hier auch schon mal vorgestellt irgendwann. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das schon her ist und wie cringe das Video mittlerweile ist. Diese Figur ist allerdings auch ziemlich, ziemlich gut geworden. Sie zeigt dann den Admiral natürlich zu Rebels Zeiten oder eben auch noch ein bisschen da drauf, wo er dann mit Vader eben an der Spitze kämpft. Und hier ist es eben Anakin und hier ist es Vader. Also die beiden haben schon immer eine gute Geschichte gehabt und jetzt kämpfen sie eben am Venator mit Captain Rex dann an einer Seite. Natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Figur ein bisschen besser zu machen. Zum Beispiel ein bisschen Armprint, der hätte der Figur wirklich gut getan. Vor allem, weil Captain Rex diesen Armprint eben hat. Und deswegen muss es eigentlich sein, dass in so einem UCS-Set dann auch beide Figuren zusammenpassen. Wenn sie schon sagen, alles soll einheitlich sein, dann müsste diese Figur zumindest irgendwie so ein paar Wrinkles hier, also ein paar Knitterfalten auf den Ärmeln drauf haben. Das würde wirklich gut passen. Die Hose dann natürlich auch. Ich bin schon ganz froh, dass sie hier ein Doppel-Dual-Molded-Beinteil genommen haben. Er hat natürlich auch ein zweites Gesicht. Das Vordere, das guckt so ein bisschen, ich weiß gar nicht, beschwert sich oder gibt eine Anweisung oder so. Und das andere guckt einfach nur vollkommen enttäuscht und grimmig oder wie auch immer man das dann interpretieren könnte. Was ich aber wahnsinnig gut finde, ist zum einen natürlich sein Schnauzer. Der ist einfach richtig, richtig gut geworden. Und zum anderen natürlich auch sein Haarteil. Das ist nicht neu, soweit ich weiß, aber es passt einfach absolut fantastisch zum Admiral. Und damit kommen wir zur wahrscheinlich längst erwartetsten Lego Star Wars Minifigur der Fans aller Zeiten, nämlich Captain Rex Phase 2. Und die Figur, was soll ich sagen, ist wunder, wunderschön geworden. Es gibt super viele Leute, die die einfach nicht mögen und ich kann es nicht nachvollziehen. Lego hat hier einfach delivered. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die schiefgegangen sind. Zum Beispiel das Waist Cape, was in dem Fall tatsächlich leider, anders als bei der alten Variante, eben kein offizielles Stoff Cape ist, sondern von vorne aufgedruckt wurde. Natürlich hätte man das auf die Seiten noch weiterführen können, haben sie in dem Fall nicht gemacht und das finde ich persönlich ziemlich schade. Das hätte das Ganze nämlich ein bisschen gerettet. Wir haben zum ersten Mal bei einer Captain Rex Figur tatsächlich auch Armprint mit dabei. Bei der letzten waren es tatsächlich einfach nur blaue Arme. Das ist ein bisschen schade. Und natürlich darf auch das Shoulder Cape nicht fehlen, was in dem Fall ein bisschen, ich weiß nicht, animierter, stilistischer gehalten ist und tatsächlich auch ein bisschen poppiger von den Farben. Das finde ich sehr erstaunlich, weil das dachte ich hier schon, dass die eben so schön rausstechen. Aber nein, die neue, die macht es noch ein bisschen besser. Natürlich ist der Helm eine kontroverse Sache, weil er Helmet-Holes hat und ich persönlich bin ja immer noch kein großer Hasser von denen. Also ich mag die eigentlich relativ gerne auch an normalen Clone Troopern, weil mich das immer ein bisschen an meine Kindheit erinnert, wo man jedem Clone Trooper, egal welches Accessoire, auf egal welcher Seite anbringen konnte. Wir können das hier einmal runterklappen, dann kann er auch durch dieses Visier oder das ist glaube ich so ein Nachtsichtgerät oder so, da kann er dann durchgucken und natürlich hat auch er ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist wahrscheinlich das coolste, was wir jemals von Captain Rex hatten. Das ist jetzt aber auch nicht besonders schwer, denn hier wurde ihm gerade der Inhibitor-Chip entfernt und das sieht man durch dieses kleine Pflaster. Die alte Figur, will ich nur noch mal kurz vergleichen, sah so aus und da konnte es eigentlich nur bergauf gehen. Aber damit die beiden Figuren nicht einfach einsam und alleine so vor dem Venator stehen müssen, haben wir auch noch eine kleine Plakette mit dabei, wie bei jedem anderen UCS-Set auch. Und hier haben wir ein bisschen Platz natürlich für die Minifiguren, aber natürlich auch auf der anderen Seite für einen exklusiven. Und ja, der ist tatsächlich exklusiv. Zwei, nee, einmal vier, mal zwei Stein oder sowas, irgendwie so in der Richtung von den Clone Wars 20 Jahren. Das Ding ist bedruckt und einzigartig in diesem Set. Ihr bekommt das nirgendwo anders und deswegen alleine dieser Stein wird so unglaublich teuer sein irgendwann. Also ich weiß gar nicht, ob man den hier überhaupt hinstellen sollte oder lieber in einen Ziploc packt, dass der irgendwann auch ganz sicher verwahrt ist. Dann haben wir natürlich noch die Plakette mit dabei. Ich persönlich bin immer kein großer Freund von diesen Aufstellern, weil die gehen bei mir immer verloren. Ich will das Schiff haben und dann die beiden Figuren, aber dieser Aufsteller, der macht bei mir irgendwie nichts aus. Aber natürlich gerade so als Kollektor, wenn man sich so ganz viele von solchen Schiffen nebeneinander stellt, dann ist so eine Plakette mit so ein paar Daten eben ziemlich cool. Zum Beispiel, dass das Ding einfach 1137 Meter lang ist. Das sind über einen Kilometer, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich kann Mathe. Wir haben Crew von 7400 Leuten, die hier drauf Platz finden können. Natürlich, wir sehen im Hintergrund auch das ganze, wie klein das eigentlich ist. Bewaffnet ist das Ganze übrigens mit acht Heavy Turbolaser Turrets, die sehen wir auch gleich im Review noch. Zwei Medial Dual Laser Turbo Laser Cannons, ach wie auch immer, 52 Point Defense Laser Cannons, wo auch immer die alle versteckt sind. Dann haben wir vier Protonentorpedotubes und sechs Tractor Beam Projectors. Und hier finden wir auch raus, dass das Ganze von dem Quad Drive Yards entwickelt bzw. gebaut wurde für die Galaktische Republik. Und wer sich schon immer gewundert hat, wie das Ding von hinten aussieht, wenn ihr das selber irgendwie nachbauen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Aber das Besondere an dem Ding ist natürlich, wie beim letzten UCS-Set, dem X-Wing auch, dieses Teil ist bedruckt. Vorher hatten wir ja immer irgendwie einen Sticker da drauf in der Größe und den musste man selber anbringen. Da sind natürlich unglaublich viele von solchen Luftlöchern entstanden. Und das ist jetzt eben kein Problem mehr. Ich finde das richtig toll. Natürlich sieht dieser kleine Stupsen hier in der Mitte ein bisschen doof aus. Sie sind aber auch gerade dabei, so Sachen wie das zum Beispiel zu ändern. Das heißt, es könnte sein, dass der irgendwann an der Seite landet. Und ich freue mich ehrlich gesagt darauf ziemlich. Und damit bleibt uns nur noch der absolut riesige und überdimensionale Venator-Sternenzerstörer. Ein Set, was natürlich viel zu groß für mein Studio ist und wir uns deswegen hier in kleinen Abteilen angucken müssen. Ihr seht, ich habe das ganz nach hinten geschoben auf meinem Revue-Tisch und selbst das reicht eigentlich nicht aus. Also der fällt schon fast da hinten runter, aber trotzdem ist es irgendwie so, ich komme nur bis hier und man sieht ihn gerade so kaum. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ihr seht, ich habe Brixi da hinten hingepackt. Der ist eigentlich schon viel zu klein und ich nehme mal hier kurz so einen Tumbler und stelle den hier irgendwo auf so einen Flügel oder irgendwo hin. Also selbst den sieht man nicht. Also gut, der fällt natürlich auf, aber es sieht eher aus wie eine kleine Minispinne auf so einem normalen Set. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Natürlich ist das immer noch ein UCS-Set und man kann nicht allzu viel damit machen. Also Spielfunktionen gibt es natürlich keine, aber es ist ja auch nicht dafür gedacht, um damit zu spielen, sondern damit man sich irgendwo hinstellt und daran Freude hat. Und genau dafür ist es da, genau dafür ist es auch gut gemacht und das wollen wir uns heute mal anschauen. Was hält das Ding für uns bereit? Was könnt ihr erwarten, wenn ihr das Ding bei euch zu Hause hinstellen wollt? Ich bin absolut begeistert. Wir beginnen einmal vorne an der Front. Der Part, wo ich finde, das Lego, den hätte etwas schöner machen können. Das liegt aber natürlich auch ein bisschen daran, was sie mit den Teilen haben machen können. Und es ist eben nicht besonders viel, weil das hier vorne so schön spitz zusammenläuft und dann endet das hier eben so. Klar, da hätte man noch ein paar Slopes oder so rauf machen können. Haben sie sich jetzt gegen entschieden. Der Grund ist natürlich, dass das hier so ein bisschen wackelig ist und sich auch einfach rausziehen lässt. Das wird nämlich ganz am Ende gebaut und das war es dann eben. Deswegen sieht es halt irgendwie unfertig aus, obwohl es eigentlich fertig ist. Man baut das zu Ende, schiebt das hier rein und ist dann so, okay, wo ist mein Rest? Wo brauche ich jetzt noch was an, dass es schöner wird? Aber dann kommt einfach nichts mehr und das ist ein bisschen schade. Also hier gerade hier vorne hätte ich mir eben gewünscht, dass da noch ein schöner Abschluss entsteht, aber das kann man natürlich mit so ein paar Steinen auch selber dann anbauen. Ja, an der Seite geht es dann weiter. Hier oben ist natürlich der rote Streifen und da muss ich auch hier an der Stelle sagen, der lässt sich natürlich nicht öffnen. Wir haben es erwartet, dass es nicht so ist, aber trotzdem war es natürlich wünschenswert, dass man es hätte machen können, den einfach auseinanderschieben. Aber ich weiß, dass ein ganz bestimmter YouTuber da auch schon dran arbeitet, das eben möglich zu machen und ich werde sein Werk hier auch vorstellen, sobald das soweit ist und da freue ich mich schon drauf. Ja, an der Seite haben wir dann ganz, ganz typisch für, ja, Venatoren eben nicht, sondern für diese Königssternenzerstörer, also die Flottenführer, die haben dann hier manchmal so offene Stellen. Ich persönlich finde das eigentlich ziemlich cool, natürlich passt das dann eben nicht, wenn man die Brücke durch Grau ersetzt, da kommen wir dann gleich noch zu, aber zumindest passt es dann eben nicht ganz dazu, da müsste man dann noch eben so ein paar Teile bestellen und das Ganze dann verschließen. Und an den Seiten, da sieht man es auch, das ist schön gegreebelt, hier mit so ein paar kleinen Details, wie wir das beim alten UCS-Sternenzerstörer auch schon hatten, gibt es noch eine Kanone, die lässt sich auch nicht bewegen, außer komplett wegbewegen und dann geht es hier drüben weiter mit den Gribbles und zwischendurch immer mal so ein bisschen blau, was man natürlich auch schön beleuchten kann und ich hoffe natürlich, dass die typischen Beleuchtungsfirmen da aktiv werden und uns so ein Beleuchtungsset spendieren. Ich habe allerdings auch ein bisschen Panik, was das Ding am Ende kosten könnte. Und eine Sache hat mich noch mega erstaunt, als ich das Ding gebaut habe, das habe ich nämlich nicht kaum sehen, auch wenn es natürlich auch zum Venator gehört oder auch zum Sternenzerstörer, aber das Ding sieht auch von unten einfach gut aus. Ihr könnt das hier sehen, der rote Streifen ist von unten auch zu sehen und zwar mit einer ähnlichen Bautechnik, nicht wie oben, aber zumindest wie hinten dann eben auch mit den Platten einfach weitergeführt und das sieht so gut aus. Der geht auch bis ganz vorne, bis auf dieses eben, ja, ich habe es schon gezeigt, dieses vordere Teil, was man da noch reinschiebt, aber das sieht so cool aus. Sehen wir gleich auf den Flügeln natürlich auch noch, dass unten drunter eben auch was an Details ist, aber ich finde das einfach mega, mega cool gelungen. Das wirkt einfach noch deutlich schöner, als wenn man das eben freigelassen hätte. Und damit kommen wir auch schon, naja, zumindest zur Seite und dann auf der anderen Seite gibt es ja ein bisschen was anderes. Das ist der einzige Punkt, der eben nicht symmetrisch gebaut ist an diesem Venator, nämlich dieses kleine Hangator oder wie auch immer man das nennen möchte, mit dem kleinen Microscale Gunship drin. Und wisst ihr was? Das ist tatsächlich im Scale. Ich habe es mal nachgeguckt und nachgerechnet. Das ist tatsächlich wirklich so im Scale, wie es hätte sein müssen. Genauer gesagt, hätte es glaube ich noch eine halbe Noppe mehr gekonnt, aber das war es dann auch. Das besteht übrigens auch nur aus drei Teilen. Ihr kennt das ja mittlerweile, habt es ja auch schon ein paar Mal gesehen, aber das ist der Wahnsinn. Der Designer Hans Burkhard Schlömer, der hat ja auch das UCS Gunship designt, deswegen wollte er das unbedingt hier mit einbauen, so als kleine Rekreation, damit zumindest so ein bisschen Microscale hier mit drin ist und weil er das eben ja auch selbst designt hat. Und das finde ich ziemlich cool. Mir gefällt das natürlich sehr. Ich hätte mir noch ein paar andere Schiffe gewünscht, dass wir zumindest so ein paar mehr Gunchips oder keine Ahnung, irgendwas haben, was hier rausfliegt, aber ein Gunchip ist schon mal besser als gar keins. Ja, an der Seite ist noch ein bisschen Gribbling und noch mehr Gribbling, noch mehr Blau, was ich gerne beleuchtet sehen möchte. Ihr kennt das ja. Da gibt es noch ein paar Kanonen an der Seite, welche das genau sind, von denen ich eben vorgelesen habe. Keine Ahnung. Und obendrauf, wenn wir mal kurz den Tumbler entfernen, haben wir die Turbo Laser Cannons. Die Quattro oder Vierer Turbo Laser Cannons. Und die Dinger sind eigentlich ziemlich cool im Film, weil die sich einfach alle gleichzeitig bewegen und zwar alle irgendwie drehen können. Und das ist ein Feature, was mir hier in diesem Set natürlich ein bisschen fehlt. Es gab schon andere Sets, die das ein bisschen besser umgesetzt haben. Die waren allerdings auch keine UCS-Sets, muss ich an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das heißt, das war nicht zu erwarten. Trotzdem ist es etwas, was ich bei mir auf jeden Fall nachrüsten werde, weil es einfach natürlich ziemlich cool wäre, die hier alle drehen zu haben. Natürlich kann man sich den Spaß machen und die einfach selber verdrehen, aber das macht natürlich dann auch nicht ganz so viel Freude, wenn man das alles immer händisch machen muss. Und vor allem fallen dann so ein paar Teile immer mal aus der Reihe, weil die eben nur so ganz leicht angebaut sind. Ist halt immer noch ein UCS-Set. An der Seite haben wir natürlich hier wieder die roten Streifen, die ganz, ganz typisch sind für den Venator. Und wisst ihr noch, was ich vorhin gesagt habe, dass das an den Flügeln wiederkommt? Klar, die Unterseite sieht genauso aus. Naja, zumindest so, wie sie eben im Film aussehen soll, mit ein paar roten Streifen. Und ich finde, das sieht absolut klasse aus, passt natürlich auch wunderbar zum Venator. Und das haben wir natürlich auf der anderen Seite Spiegelverkehrt dann genauso. Und damit kommen wir auch schon zur Brücke, beziehungsweise eben noch nicht ganz, weil hier vorne seht ihr, fehlt was. Zumindest bei mir. Normalerweise ist da was. Da ist nämlich hier das Logo und ich kann das mal eben ganz kurz ranhalten. Ich möchte das einfach nicht aufbringen, weil ich Panik habe, dass die Sticker dann irgendwann abgehen. Und ich möchte das nicht. Ich möchte den Stickerbogen so behalten, wie er ist. Und hier oben drauf sind übrigens auch noch ein paar Sticker. Also alle von diesen 6x6-Panelen, die sind eigentlich mit Stickern versehen. Nämlich diese beiden, die gehen dann, glaube ich, so aufeinander zu. Und dann gibt es hier noch so ein bisschen Details. Also, ja, kann man anbringen, muss man halt nicht. Also das wäre jetzt auch nicht mein Favorite-Part gewesen. Da finde ich, sieht das gar nicht schlecht aus hier oben, außer dieser Angehungspunkt. Der nervt wirklich. Aber diese Sticker hier oben drauf, die werde ich dann auf jeden Fall mit den bedruckten Teilen ersetzen, sobald die auch verfügbar sind. Und bevor wir uns an die Brücke wagen, gibt es noch einen weiteren Punkt, den ihr unbedingt sehen müsst. Und zwar auf der Unterseite des Schiffs. Da sind nämlich nicht nur die Streifen nachgebildet, sondern tatsächlich noch mehr Akkurates aus den Filmen beziehungsweise aus der Serie übernommen. Hier unten haben wir nämlich einfach zwar verschlossen, aber es ist zumindest da dieses kleine Hangar-Tor, diesmal in dunkelrot gehalten. Und es ist halt geschlossen. Und hinten haben wir noch mehr Details hier dargestellt mit, ich weiß gar nicht, ob das so Leitern sind oder so, aber zumindest richtig schön griebelig gemacht. Und es geht auch hinten bis zu den Antrieben durch. Das sieht einfach absolut wunderschön aus. Und ja, ich muss den tatsächlich hier komplett auf die Seite stellen, nur damit ihr das überhaupt seht. Und damit kommen wir zur Brücke, neben dem roten Streifen und den Antrieben wahrscheinlich auffälligsten Punkt an diesem Schiff. Und die Dinger sind rot. Und darüber müssen wir reden. Das ist nämlich nicht normal, dass die rot sind. Ich habe das ja in meinem Unboxing auch schon gesagt. Es ist normalerweise so, dass ein Venator eben eine graue Brücke hat. Manchmal so ein bisschen dunkelgrau, manchmal ein bisschen hellgrau. Das ist halt so ein schönes Mischmasch, wie das hier eben auch zwischen grau und dem dunkelrot gemischt ist. Aber sie haben sich hier eben dafür entschieden, dass es eine dunkelrote Brücke sein soll. Warum? Weil die auch existiert. Es ist eben der Venator des Admirals oder Admiral Yularen in dem Fall und wo dann eben auch Jedi mit auf der Brücke sitzen. Und deswegen gibt es hier eine dunkelrote Brücke. Und an der Stelle muss ich mal kurz eine Sache loswerden. Wie cool wäre das denn bitte als GWP gewesen, wenn wir einfach die Steine, die hier in dunkelrot sind, einfach in dunkelgrau oder hellgrau bekommen hätten, um die Brücke auszutauschen. Ich glaube, da wäre absolut niemand böse gewesen, wenn das einfach so ein Erweiterungspack für all diejenigen gewesen wäre, die gerne das Ding hier ersetzen wollten, weil es halt einfach eine bestimmte Art von Sternenzerstörer oder Venator ist, die nicht jeder zu Hause stehen haben möchte. Ich persönlich möchte halt auch den mit der grauen Brücke. Also das hätte ich wirklich, wirklich, wirklich gefeiert. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist eine wirklich schön designte Brücke. Guckt euch die mal an, auch mit den Bautechniken. Hier ist zum Beispiel Tiles, die hier zwischen so kleine Clips gesteckt werden. Ich finde das toll. Das sieht man nicht allzu häufig, mittlerweile natürlich ein bisschen häufiger, aber es ist einfach toll. Also ich weiß nicht, mir gefällt das irgendwie und innen drin seht ihr auch schon, das Ganze ist natürlich hohl, die berühren sich nicht, die sind nicht zusammengebaut, sind deswegen auch ein bisschen fragil. Also man kann auch aus Versehen mal so eins von den Dingern dann abhauen, wenn man da irgendwie ganz besonders doll raufhaut. Unten drunter, und das habe ich ja eben schon gesagt, diese blauen Steine, die haben wir an der Seite, die haben wir hier oben. Es sieht einfach fantastisch aus und ich hoffe, dass da ein Erweiterungspack für, also mit so Licht-LEDs kommt, was man dann hier schön einbauen kann. Übrigens auch hier oben, das ist auch transparentes Blau und ich finde das absolut fantastisch. Damit kommen wir auch schon zur Rückseite der Brücke. Hier an der Seite kann man natürlich, und das ist übrigens auch nochmal so ein Punkt, hier kann man durchgucken. Das ist innenhohl und die hier, die leuchten dann einfach auf, wenn von der anderen Seite ein bisschen Licht kommt. Also man kann es jetzt nur so halbgut sehen, aber ihr seht ungefähr, was ich meine. Also es guckt hier so schön durch, hier kommt so ein bisschen Licht eben durch und jetzt stellt euch mal vor, wie cool das aussehen würde, wenn das tatsächlich beleuchtet wäre. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber damit kommen wir auch schon zur zweiten Seite und die zweite Seite hat tatsächlich nur einen einzigen Unterschied und zwar dieses kleine Hangar-Tor hier unten. Da, wo wir eben noch ein schönes Republic Gunship hatten, haben wir hier einfach eine abgeschottete Hangar-Fläche. Das ist super, super schade. Alleine wenn da einfach nur so ein durchsichtiges blaues Holo-Schild gewesen wäre, wäre das ja auch schon nett, aber so einfach abzuschrotten mit so ein paar einfachen Teilen, das ist doch ein bisschen schade. Ich muss natürlich sagen, es sieht cool aus, also es sieht natürlich auch akkurat aus, aber trotzdem hätte man hier noch ein bisschen was anders machen können, vor allem, weil der Platz dahinter ist. Und damit kommen wir, ich habe es ja eben schon so ein bisschen angekündigt, zum mitaufwendigsten Part aus diesem ganzen Venator, nämlich den Antrieben. Die sehen wunderschön aus. Ich glaube, das hier ist einer meiner Lieblingsanblicke vom Venator, weil da einfach diese ganzen Antriebe zu sehen sind und wenn die beleuchtet wären, ach, ihr wisst ja, wie es läuft. Hier drüben haben wir noch einmal so eine schräg angemutete Platte, das Ganze läuft hier natürlich schön spitz zusammen und dann haben wir diese riesigen Antriebe, die bestehen so aus, ich glaube, die kommen aus Power Miners oder so, da wurde das hier zum Graben genutzt und diese anderen Sachen sind eben so Technik-Rims, also die Sachen, die für Räder benutzt werden und das einfach so aneinander gestapelt mit ganz viel Technik versehen ergibt einen wunderschönen Antrieb vom Venator. Hier hinten haben wir noch eine tolle Bautechnik, die mag ich immer sehr gerne, die kommt ab und zu mal vor, da nimmt man einfach diese Clips, das sind diese Plate Modifieds mit einem Clip an der Seite und die kann man dann falschrum hier anbauen, sodass dann eben so ein rundes Rad entsteht und darunter haben wir den längsten der Antriebe und hier haben sich ja auch viele beschwert und gedacht, okay, jetzt nach einer Zeit, da geht das Ding bestimmt kaputt und sackt einfach ab. Das kann ich euch jetzt mal eben kurz stolz sagen, ist nicht der Fall, das ist nämlich hier hinten angebaut, ich weiß gar nicht, ob man es so genau erkennen kann, genau hier zwischen, da ist noch so ein Technikteil und das verbindet eben diesen Antrieb genau an dieser Stelle mit diesem Heck vom Venator und das macht es eben super stabil, nur der hintere Part, der sackt halt so ein ganz bisschen und die anderen Antriebe eben auch, aber auch der hier ist zum Beispiel hier noch einmal mit dem Venator verbunden. Das heißt, die sind einigermaßen safe, ist jetzt natürlich keine Garantie, dass die für immer heil bleiben, also es kann sein, dass hier eben mal so eine Technikstange einfach durchbricht oder so nach einer Zeit, aber das werden wir dann irgendwann rausfinden. Hier hinten gehört übrigens der letzte fehlende Sticker hin oder die letzten beiden fehlenden Sticker, das ist nämlich der rechte hier, das ist einfach so ein schräges Teil, das ist dann quasi hier dran, also ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen, dass es eben oben dunkelgrau, hat unten ein paar Details und ist dann quasi eine Weiterführung von diesen dunklen Streifen, hier so ein dunklegrauer Streifen, in das hier unten und hier gibt es dann so ein paar Details in hellgrau. Pässe hier wäre es natürlich cool, das Ding dran zu haben, aber ehrlicherweise kann ich damit auch noch warten. So und damit geht es zurück zu Hans Burkhard Schlömer, der uns ja ganz stolz berichtet hat, wie man denn den Venator richtig zu tragen hat und ich will dazu sagen, während man das Ding aufbaut, ist der noch relativ leicht, das heißt, hier ist es dann möglich, einfach so hier in die Mitte einfach eine Hand hinzusetzen und dann hält das auch, weil der eben hier vorne und hinten noch keine Paneele dran hat, dann bricht auch nichts durch. Wenn man das allerdings jetzt macht und da einfach eine Hand drunter hält, dann biegt sich das doch schon ganz schön ein bisschen durch von hinten und vorne. Also sollte man nicht probieren. Ich habe dann natürlich hier auch mal geguckt, wenn man die beiden Hände tatsächlich dann an die Stellen packt, nämlich einmal direkt an den vorderen Fuß und direkt an den hinteren Fuß, dann kann man das Ding auch relativ einfach anheben. Das ist wunderbar stabil. Ich freue mich darüber, weil das ist natürlich ein Ding, was man wahrscheinlich ab und zu mal irgendwo hintragen muss, weil es da, wo es ist, einfach viel zu sehr im Weg steht. Und dann habe ich natürlich auch was Doofes gemacht. Hierunter ist ja ein anderes Bild, nämlich das, was zeigt, was man eben nicht machen soll mit dem Venator, nämlich vorne und hinten anpacken. Natürlich klappt das nicht. Das ist ganz klar. Die Paneele hier vorne sind nur draufgelegt oder gerade so ein bisschen festgeklippt. Trotzdem wollte ich es probieren und habe mal kurz vorne angefasst. Ihr seht schon, wie vorne die Teile sich einfach komplett anheben. Das heißt, das Ding biegt da schon durch. Und wenn man jetzt noch hinten anhebt, dann haben wir hier ein kleines U in der Hand. Also das sieht wirklich, wirklich nicht gut aus und ich hoffe einfach nur, dass innen drin irgendwie nichts kaputt geht dabei. Also ganz schnell absetzen. Ich bin relativ froh, dass das so gut gegangen ist. An der Stelle übrigens auch noch ein Tipp. Wenn ihr euch das Fitnessstudio sparen wollt, dann nehmt einfach den Venator. Kostet nur 650 Euro einmalig und dann könnt ihr damit quasi eure Hantelübungen machen. Natürlich darf an der Stelle auch ein kleiner Größenvergleich mit anderen Sets nicht fehlen. Und was würde besser passen als Anfangsmodell, als das Republic Gun Chip? Natürlich in anderen Farben, aber zumindest passt es eben dazu. Auch gerade relativ frisch erschienen und ihr seht schon, es geht einfach unter neben dem Venator. Aber das ist ja auch ganz klar, der kostet ja auch das ungefähr Fünffache von dem Ding. Deswegen natürlich muss das untergehen. Aber trotzdem, es macht schon einiges her. Auch die beiden zusammen, muss ich schon sagen, die sehen einfach wunderschön nebeneinander aus. Vielleicht für viele UCS-Sammler auch noch interessant ist der X-Wing im Vergleich und ich versuche den hier mal so gut wie möglich runterzuholen und den eben kurz daneben stellen zu können. Aber auch das ist natürlich ein Unterfangen, vor allem weil die beiden wahrscheinlich gar nicht, ja doch, es geht sogar zusammen auf den Schreibtisch passen. Aber auch da seht ihr schon, also natürlich ist der schon groß, aber der geht auch vor allem mit seinem dünnen Streifen hier völlig unter, neben dem absolut voluminösen Venator. Natürlich muss er auch, ich glaube, das Ding kostet ja 240 und der Venator eben so 650, also klar muss er das. Aber trotzdem, also ich muss sagen, ich bin sogar ein bisschen positiv überrascht, wie groß das Ding daneben aussieht, vor allem, weil das eben ja doch um einiges günstiger ist. Und eins halt muss ich natürlich noch daneben stellen, weil es nicht anders geht, nämlich die Ghost, die werde ich hier demnächst auch noch vorstellen, das Review, das fehlt noch, das kommt auf jeden Fall irgendwann. Aber auch da, es ist wieder so ein Ding von, das geht einfach unter. Und ich habe hier schon tatsächlich selber drunter einen kleinen Standfuß gebaut, könnt ihr auch gerne nachbauen, so sitzt das einfach schön schief. Aber selbst da, es fällt einfach nicht auf. Das Ding ist super klein, es sieht natürlich trotzdem cool zusammen aus, aber wenn man den Venator zu Hause stehen hat, dann braucht man mit dem Ding hier fast schon gar nicht mehr ankommen. Meine Liebrixis, ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, als ich die beiden Sachen gleichzeitig auf den Tisch gestellt habe. Natürlich passen die nicht beide aufs Bild. Der Venator ist eine absolute Wucht. Wir haben natürlich zwei wunderbare Minifiguren mit Captain Rex und Admiral Yularen. Klar gibt es da ein paar Verbesserungspotenziale, aber so rein vom Grundprinzip her finde ich die absolut nicht schlecht. Captain Rex, klar wird es nochmal demnächst irgendwann in einem günstigeren Set geben, aber bis dahin bleibt er exklusiv und ich bin ja auch einer von den Menschen, die gerne die Figuren so früh wie möglich haben wollen. Das heißt, für mich ist das hier eben die einzige Möglichkeit, da ranzukommen. Wir haben eine schöne Plakette, die ich nicht nutzen werde, einen exklusiven 20 Jahre Stein, aber all das ist völlig egal, wenn man sich den riesigen Venator anguckt. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Übrigens eben noch kurze Enttäuschung, der Brixi ist nicht in der Packung mit dabei, also da müsst ihr nochmal extra bei mir einkaufen, um den zu kriegen. Der Venator ist der Wahnsinn. Für 650 Euro muss ich aber auch sagen, man muss ein absoluter Fan sein. Ich persönlich habe ja lange schon drauf gewartet, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel eher ein Schauer der originalen Trilogie seid, dann ist das nichts, was euch persönlich anspricht. Und das soll es ja auch gar nicht. Das ist was, was eben die erwachsenen Fans nicht mal von Lego, sondern von Star Wars anspricht, aus meiner Generation. Eben die Leute, die mit den Prequels aufgewachsen sind, die mit Clone Wars aufgewachsen sind und jetzt gerade so ihr erstes Gehalt bekommen und sich davon einfach den riesigen UCS-Venator mit Captain Rex, mit Admiral Yularen und nicht mit Brixi kaufen und damit absolut zufrieden sind. Natürlich ist das ein tolles Set dafür. Ich will aber auch an der Stelle sagen, man merkt an vielen Ecken und Enden, dass UCS-Sets einfach Sets sind, die nicht für wirkliche Lego-Bauer sind. Die sind für Menschen, die eben so, ja nebenbei ein bisschen was haben wollen, was sie aufbauen und so vielleicht drei Sets im Jahr kaufen und sich die dann zu Hause hinstellen wollen. Da ist kein Anspruch dahinter, da sind keine wirklich wilden Bautechniken dabei, es ist wirklich alles eher basic. Es gibt so zwischendurch mal so ein, zwei Momente, wo man denkt, okay, ja cool, oh, das haben sie so gemacht, aber der Rest ist wirklich super, super basic. Der Aufbau hat zwar Spaß gemacht im größten Sinne, aber auch nur, weil ich wusste, dass am Ende eben ein tolles Modell vom Venator dabei rauskommt und nicht, weil das eben super viel Spaß gemacht hat. Die Ghost, die macht Spaß. Das Republic Unchip, das macht Spaß und die ganzen anderen Playsets, die machen einfach Spaß, das Zeug aufzubauen. Bei dem kann ich das tatsächlich wahrlich nicht behaupten. Aber auch da kommt es natürlich komplett darauf an, wie oft ihr Lego kauft. Wenn ihr wirklich alle Sets von Star Wars schon zu Hause habt, dann ist das hier von den Bautechniken zumindest absolut nichts für euch. Dann könnt ihr es kaufen, natürlich, um das zu Hause hinzustellen, aber es ist nichts, was man eben braucht, um die ganzen Bautechniken mitzunehmen oder, keine Ahnung, irgendwie was Neues zu lernen oder so. Da habt ihr hier definitiv die falsche Adresse bei. Aber für alle, die eben nicht so oft Lego bauen und die einfach das Modell zu Hause haben wollen, weil es einfach ein tolles Teil ist, dann nehmt das auf jeden Fall mit. 650 Euro direkt gekauft. Tja, ihr lieben Leute, und jetzt stehe ich hier mit einem riesigen Venator im Studio und weiß nicht, wohin damit. Aber das ist ein Problem von dem Morgenpatrick. Ich danke euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Schaut natürlich auch gerne in die Endcard, da habe ich euch einmal ein anderes Video verlinkt, nämlich das vom Unboxing. Und guckt es euch an, es ist der Wahnsinn, wie viele Teile da rauskommen, wenn man noch nicht weiß, wie das am Ende einfach aussehen wird, so in Komplett. Es ist der absolute Wahnsinn und wusstet ihr eigentlich, dass ich tatsächlich drei Stunden anstehen musste für das Ding? Schaut da gerne rein. Ich danke euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Ciao. Ciao. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017